Im Minutenpreis von SixShare habt ihr regulär immer schon ein Vollkasko und Diebstahlschutzpaket mit enthalten. Das greift bis zu 950 Euro. Heißt, das ist der maximale Preis, den ihr zahlen müsst, wenn ihr selber einen Schaden verursacht habt. Ihr habt aber, wenn euch das zu viel ist, die Möglichkeit noch einen Schutz hinzuzufügen. Das kostet dann zusätzlich 3 Cent pro Minute und dann seid ihr bei einem Schutzpaket von 450 Euro. Allerdings haben wir auch hier eine Kostenbremse mit integriert. Das heißt, ihr zahlt maximal 12 Euro am Tag und nicht mehr.